hallo zusammen heute geht es mal wieder on tour in diesem video und zwar fahren wir gleich mit einem sonderzug zum heimspiel nach münchen fc bayern gegen augsburg und dieser sonderzug der findet zum vierten mal statt wird vom fanclub verbund nrw organisiert und das ist eine ganz coole lustige sache da geht es mit einem zug rein voller bayern fans eben richtung münchen mit partywaggon allem drum und dran eine sehr anstrengende tour wie wir schon aus eigener erfahrung wissen aber auch immer mega lustig ja und dann nehme ich euch einfach mal ein bisschen mit und zeige euch wie so ein sonderzug aus nrw quasi nach münchen rollt bis dahin und Da ist schon die erste Pfütze und noch sieht der Zug sauber aus. Gerade hier in Münster erste Station. Das ist ein Corona-kranker. So, Herr Rüffer macht die Spritze fertig, die Anti-Corona-Spritze. Also, wir haben die Impfung. Angebote bitte zu uns. Aber an Bayer Leverkusen verkaufen wir nichts. Ich bezahle den auch. Corona-Grün. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich husten. Ich hab dich. 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 Ja, wir sind jetzt auch angekommen. München hat wunderbares Wetter und jetzt geht's dann los. Ich hab dich. 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 Ich hab dich.